Boah, Dicker, Alter, wie ist denn das? Was denkst du denn? Ah, ich denk mal so, äh, gute 30, 40, Müller. Oder? Aber zum Glück sind wir gut hergekommen, Alter. Aber wir sind da gleich da, Alter. Ja, deswegen, Alter. Gut angekommen. Gut angekommen. Aber scheiße, Dicker, sind die Bullen? Nein. Sieht man bei mir irgendwas? Nee, zum Glück nicht. Habe ich irgendwas? Nein, alles gut, alles gut, alles gut, Dicker. Alter, ey. Scheiße, Mann. Fuck, Jung. Mann, ey, die sind doch überall. Schönen guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, schönen Tag, äh, Herr Kommissar. Äh, was wollen Sie denn haben von mir? Papiere, Fahrzeugpapiere, Führerschein. Äh, Papiere. Das ganze Prozedere, bitte. Okay. Ich bin mit Papier, was in der Hand hast, am besten. Wo ist Ihre Führerschein? Alter, ich hab dir gesagt, meine Frau mal liegt drin! Ohne Führerschein, lass ich sie nicht wegfahren! Ohne Führerschein, Alter! Du scheiß Penboy! Sie kommen jetzt schon mit! Sie kommen jetzt schon mit! Sie kommen jetzt schon mit! Ha? Scheiße, Mann, ich muss meinem Bruder helfen, Alter. Ich komme, Digga! Ich komme, Digga! Ich komme, Digga! Schnell! Du Wichser! Schnell! Weg! Schnell! Schnell! Schnell!